Co. und Rieschlager? Nasfälle Stars treten mit Helene auf Internationaler Star-Auflauf bei Deutschlands Schlager-Queen. Helene Fischer, 33, hat auf ihrer Bühne schon so manche Show hingelegt, im Oktober versetzte die Blondine ihre Konzertbesucher mit einer Maßbühnenbier auf Ex ins Staunen. Jetzt hat die Sängerin für ihre Fans eine neue Überraschung parat, zwei Hollywood-Stars leisten Helene auf der Bühne Gesellschaft. Am Sonntag wurde in Düsseldorf die Helene Fischer Show für den ersten Weihnachtstag aufgezeichnet. Zu diesem Anlass holte sich die Musikerin prominente Unterstützung ins Boot – keine geringeren als die Nasfälle Stars, 33, und, 52. In der Co. und Rieserie spielen die beiden die Songräterin Scarlett O'Connor und den Gitarristen Diakon Klaburne. Zu Weihnachten beweisen sie dem deutschen Publikum, dass sie auch live ganz schön was auf dem musikalischen Kasten haben. Wir warten darauf, endlich die Bühne der Gnädigen, Wunderschönen und Talentierten zu betreten, freute sich Klare auf Sonntag auf ihrem Instagram-Account. Wer sich selbst von der Bühne der Nasfälle-Darsteller überzeugen möchte, kann sich am 25. Dezember ab 20.15 Uhr auf ZDF, ORF und SRG die Helene Fischer Show ansehen.